Hallo, 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 grüße meine Damen und herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy mit und von eurem Jan-Simon. Ja, nachdem in den Türchen 4, in den beiden Türchen Nummer 4, auch schöne Sachen drin war, es war wieder eine Linnkugel, aber das macht ja überhaupt nichts, habe ich ja schon gesagt, und so ein Oreo Milka-Keks, würde ich sagen, machen wir uns an die Türchen, machen wir uns ans Türchen 6. Ach ja, Nikolaus ist ja heute, habe ich irgendwie ganz vergessen, also bis gerade eben noch, also ich hoffe, ihr wurdet reich beschenkt vom Nikolaus und ich hoffe, ihr hattet was in euren Stiefeln drin, falls ihr euren Stiefel rausgestellt habt, ich habe meinen leider vergessen herauszustellen, aber okay, ja, dieses Jahr halt eben nichts vom Nikolaus. Aber okay, dann vielleicht nächstes Jahr wieder. Ja, dann machen wir uns, Entschuldigung, machen wir uns nochmal auf die Suche nach dem Türchen Nummer 6. Ah, da haben wir es schon. Hier, das große Türchen, hier, hier steht die 6. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. So, dann machen wir, hier ist schon einmal die Lasche, dann macht man das Ding einfach gleich auf. Ah, cool. Schön. Ähm, ich glaube, das war auch ein Türchen... Sehr schön, okay. Das war auch in Türchen Nummer 1 drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ach ja, schön, freue ich mich, freue ich mich wirklich sehr. Okay, ja, gefällt mir wirklich. Okay, gut. Da machen wir uns an den 2. Adventskalender. Ja, bin schon sehr gespannt. Ähm, ja, ähm, dann suchen wir hier noch das 2. 6. Adventskalender-Türchen. Ähm, ja, hier haben wir die 6. Und wieder ein Lindh-Kügelchen. Ah, schön. Ist doch eine schöne kleine Ausbeute heute. Wow, ich spreche irgendwie nur in Reimen. Okay, ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, das wäre es an der Stelle wieder. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns bei den nächsten Türchen wieder. Bis dennne. Tschödele. Macht's gut. Tschödele. Musik 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 Musik